Wir sind hier am wunderschönen Neusiedlersee in Bodersdorf. Hier finden die Surfgames, die Österreich-Meisterschaften im Wind- und Kitesurfen statt und wir haben das Glück, dass wir hier Sponsor sein dürfen. Unser Isuzu D-Max passt perfekt, wie die Faust aufs Auge, zu diesem Publikum. Unser Isuzu D-Max ist einer der besten Pickups derzeit am Markt. Mit den Isuzu D-Max kommt man überall dorthin, wo man mit anderen Pickups nicht hinkommt oder vielleicht mit anderen BKWs. Das ist perfekt, man kann das Surfbrett mitnehmen, man kann die ganze Campingausrüstung mitnehmen, weil man viel Platz hat und man feiert überall hin, wo es nur geht. Somit absolut perfekt für dieses Publikum. Also Freiheit würde ich auf jeden Fall so definieren, dass ich umgebunden bin, dass man das Weite sieht, das Weite an den See, das Weite auf die Bergen in Österreich zum Beispiel. Und dass man einfach keine Beschränkung hat, sage ich jetzt mal. Das ist für mich Freiheit und dass man glücklich ist. Und das sind alle Komponenten, die man in den Autos vereinen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017